Haben Sie diesen Skandal auch mitgekriegt? Das hat letztes Jahr angefangen, das wird sich noch lange hinziehen. Bestimmt haben Sie davon gehört, der nordkoreanische Geheimdienst soll ja die ganze Welt bespitzelt haben. Die haben jahrelang Merkels Handy abgehört. Wie krass ist das denn? Die Drecks-Nordkoreaner. Das ist ein Pack. Ach nee, das waren ja die Amerikaner. Ich verwechsel die jedes Mal. Es ist jedes Mal das Gleiche. Furchtbar. Jedes Mal. Nee, genau, die Nordkoreaner, die waren das mit Vietnam, diese Entlaubungsaktionen. Genau, Agent Orange, das ganze Zeug. Irak kriegt diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit hunderttausenden Toten und diese tausenden zivilen Drohnenopfer im Hindukusch. Das waren die Drecks-Nordkoreaner. Genau. Nee, das waren auch die Amerikaner. Nee, die Nordkoreaner, genau, das waren die mit Monsanto und Halliburton und Blackrock, genau, und Todesstrafe und Foltergefängnisse. Das waren die Drecks-Nordkoreaner, genau. Nee, das waren auch die, auch die Amerikaner. Ja, schade, dass das nicht alles die Nordkoreaner gemacht haben. Wir hätten jetzt so ein gut begründetes Feindbild, so eine schöne, begründete Nordkorea-Feindlichkeit und nicht diese vollkommen irrationale Amerika-Feindlichkeit, diese vollkommen unbegründeten, dumpfen Ressentiments dauern gegen Amerika, wo keiner weiß, wieso. Absurd. Nee, die Nordkoreaner, genau, das haben die Nordkoreaner, die haben diese ganze Spionagesoftware an diese ganzen Diktaturen verkauft, von China bis Bahrain, damit die ihre Oppositionellen in Ketten legen können und die Dissidenten finden und platt machen können. Das waren die Drecks-Nordkoreaner. Und die haben, genau, die haben diese Waffen verkauft an Staaten wie Libyen und Saudi-Arabien, wo man da Leute enthauptet. Und das, das machen die Nordkoreaner. Und Giftgas an Assad und an Saddam Hussein, das waren die Drecks. Nee, das waren ja wir. Das waren ja wir. Das waren ja wir. Das waren ja wir. Was haben jetzt nochmal die Nordkoreaner gemacht? Ach so, eine Rakete getestet. Hallo? Wie scheiße ist das denn? Hast du keine Raketen testen? Du musst die wochenlang über orientalische Millionenstädte abwerfen. Dann kriegst du auch einen festen Sitz im Sicherheitsrat. Vom Testen ist noch keiner in die UNO gekommen. Die sind so bescheuert, diese Drecks-Nordkoreaner. Verstehst du? Die begreifen dat gar nicht. Die Nordkoreaner versklaven und unterdrücken ihr eigenes Volk. Sind die bescheuert? Doch nicht dat eigene. Sehen die nicht, was wir seit 600 Jahren machen, die Europäer? Wir versklaven, unterdrücken alle Völker, die nicht schnell genug auf die Bäume kommen. Alle haben wir abgeschlachtet. In Amerika, in Afrika, in Asien und in Australien. Alle Schamanen geschlachtet und die Priester ihnen weggenommen. Und alles gebrannt, schatzt. Doch nicht dat eigene Volk. Und jetzt schicken wir ihnen noch unsere Großkonzerne auf den Hals, die den Rest noch plündern und sie in Elend zurücklassen. Und wenn sie kommen, kommen sie direkt übers Mittelmeer und kommen auf die spanischen Tomatenfelder. Doch nicht dat eigene Volk. Logisch haben die Nordkoreaner keine SUVs und Flachbildschirme und Handys. Vom eigenen Volk kriegst du dat nicht. Dat sind Pille-Männer, die Drecks-Nordkoreaner. Gibt so wenig Pazifisten im Pazifik, ehrlich. Auch hier, auch hier. Die Friedensforscher werden gar nicht mehr gefragt in solchen Konflikten. Die Friedensforschung hat so gute Arbeit geleistet in den letzten Jahrzehnten. Wofür haben wir die? Es wird einfach wie in der Steinzeit direkt zu den Waffen gegriffen. Die stehen jetzt da in der Ecke. Die freuen sich kaputt. Aber die Nordkoreaner haben auch einen furchtbaren Umgang mit der Macht. Das ist ja auch heftig. Da ist dann der Vater Präsident und dann irgendwann später ist der Sohn Präsident. Das ist krass. Das kannst du dir hier gar nicht... Oder in Amerika. Das ist undenkbar. Das ist so... Das ist so... Das ist so... Wirklich. Wirklich. Oh! Das ist so vordemokratisch. Und wir regen uns immer über Putin auf. Dass der jetzt schon wieder im Amt ist. Und schon wieder im Amt. Der Putin ist eine arme Socke. Weil der keinen Sohn hat, muss der das immer wieder selber machen. Ja, sicher. Ja, sicher. Das ist klar, wie du das. Das ist klar. Das ist schon heftig da mit dem Putin. Die haben da ja massive Probleme in Russland mit Antisemitismus und Rassismus und Nationalismus. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Meinen Sie, was hier los wäre? In Russland, alle Naslangen werden da irgendwelche jüdischen Friedhöfe geschändet und werden Synagogen und Moscheen bedroht. Meinen Sie, wie hier die Bevölkerung sich vor jüdische Friedhöfe stehen würde, wenn das irgendwie hier so passieren würde? Die Regierung würde massiv dagegen... Da in Russland, da gab es Nazis, Neonazis, die haben über Jahre, haben die dauernd Leute erschossen. Und dann kam das raus und dann haben die in Russland da die Akten geschreddert und sowas. So läuft das da in der lupenreinen Demokratie. Undenkbare Zustände. Undenkbar. Man kann jetzt nur hoffen, dass der Putin nicht so ein Psychopath ist wie der Bush, sonst sieht Kiew demnächst aus wie Bagdad. Das kann niemand wollen. 40% aller Russen halten Homosexualität für eine gefährliche Krankheit. Im Vatikan sind es 100%. Vielen Dank. Vielen Dank.